Willi Schäfer war ein deutscher Schauspieler und Synchronsprecher, Kindheit und Jugend. Schäfer wuchs als mittlerer Sohn eines Bankdirektors in Saarbrücken mit zwei Geschwistern auf und ging dort zur Schule. Die französische Besatzung des Saarlands ab 1945 trug zu seinem fließenden Französisch bei. In seiner Jugend spielte er für den 1. FC Saarbrücken Fußball. Die späteren Jahre, ein paar Jahre nach dem Abitur, ging er 1954 nach Wien und studierte am Max-Reinhardt-Seminarschauspiel. Während dieser Zeit lernte er Ruhr, Klaus Löwitsch und Tommy Hörbiger kennen, woraus sich eine gute Freundschaft entwickelte. Nach zahlreichen Theaterauftritten und vielen Nebenrollen nahm er bei Derek die Rolle des Kriminalassistenten Berger an. In der Folge Mord im T91 fällt als Rollenvorname Franz. Später sprach ihn Fritz Wepper bei einem Dreh jedoch versehentlich mit seinem wirklichen Vornamen an. Und so wurde dieser weiterhin für die Rolle übernommen. Auch wenn die Rolle des Bergers eher ein gefleischten Derek-Fans bekannt ist, ist der Schauspieler Willi Schäfer durch diese doch sehr auf diese festgelegt geworden, wodurch andere Rollen sich eher auf Kurzauftritte beschränkten. Wie viele Schauspieler war er auch sehr häufig im Synchrongeschäft tätig und hat neben vielen kleineren auch eine Reihe sehr bekannter Filme mit. Seiner Stimme versehen. Hauptsächlich koordinierte und besetzte er aber zahlreiche Filme bzw. deren Sprechrollen. Z.B. Der Exorzist und die Nachvertonung von Das Boot. Privates Willi Schäfer war verheiratet und wohnte in München, wo er sich seit 1960 niedergelassen hatte und aufgrund seiner Rolle in Derek dauerhaft sesshaft wurde. Er hinterlässt einen Sohn. Filmografie 1958 Sebastian Kneipp – Ein großes Leben 1959 Schüsse im Morgengrauen 1960 Strafbataillon 999 1960 Division Brandenburg 1961 Der Mann von drüben Fernseherfilm 1962 Funkstreife Isar 12 Fahren Sie flieh der Weg 10 Fernsehserie 1963 Freundschaftsspiel Fernsehfilm 1964 Die Dame mit dem Spitzentuch 1965 Kommissar Freitag Nachtlehrung 0.30 Uhr Fernsehserie 1965 Alarm in den Bergen Fernsehserie 1965 Fliegerroß Fernsehfilm 1966 Raumpatrouille Invasion Fernsehserie 1968 Graf Joster gibt sich die Ehre auf Gegenseitigkeit Fernsehserie 1973 Der Kommissar Tod eines Buchhändlers 1974 Der Kommissar Sein letzter Coup Fernsehserie 1974 Graf Joster gibt sich die Ehre Ungebetene Gäste Fernsehserie 1974 zu 1997 Derrick Fernsehserie 1978 zu 1986 Polizei Inspektion 1 Fernsehserie 1984 Der Rekord 2003 Raumpatrouille Orion Rücksturz ins Kino 2 4 4 4 5 6 5